Das ist natürlich kacke, ja. Egal, ich hab hier keine Lust Zeit noch zu verbringen. Naja, ne. Mal dann irgendwann mal richtig machen. Ja. Energy Link war ich dran. Advanced Alloy davon, Copper Cable und nochmal vier... ne, acht Gold. Lois waren da keine mehr drin, oder? Noch eins, Sven. Gar nicht, gar kein... Ich glaub nur Wayforward sind so ein roter. Eile Lois haben wir noch. Bedeutet Kupfer, Zinn und... Oh, Refiled Iron, genau, danke. Genau. Du weißt doch immer. Ja, ja. So, Kupfer... Was hab ich gesagt? Bronze noch. Bronze, wo haben wir denn? Bronze... Bronze, Bronze, Bronze... War da vorne nicht noch Bronze drin, ey? Wo freigst du mich denn? Du guckst doch hier die ganze Zeit rein. Ja, die Frage ist, ob ich hinguck und ich hinguck. Kupfer, Lapis... Oh, ich hab jetzt genau bis jetzt zwei Low Voltage Arrays. Du... Immerhin. Ich muss mich mal anders setzen, ich lieg schon wieder so komisch im Stuhl. So geht's mir auch. Das meint man bei Minecraft immer, weil das einfach nicht äh... ...spannend ist. Naja... Aber es geht immer so aufm Rücken. Uh... Das hat geknackst. Du wirst da alt. Ja, ich merk's. Alter Sack. Ich werd so müde. Oh... Ich brauch ne Project Table. Oh, hier sind auch noch Pistens drin, falls du brauchst. Irgendwann hat da viel Essen reingemacht. Naja... Es... Ja, ne, das war ich nicht. Äh... Gold. War doch... Hab ich vorhin gesehen Gold da. Drei Stück. War hier noch Gold? Zehn Stück. Was da für Reichtümer drin sind? So... Dann brauch ich hier ne Wooden Pipe. Die mach ich zu einer Wooden... Andere Pipe. Gut. Conductive. Conductive. Redstone. Conductive Pipe. Die Alloys. Was war's noch? Sag mal. Ich hab gar keinen Bock die Kombinern die Dinger zu bauen. Weil... Weil die Zentrifugen brauchen einen Advanced Machine Block und Extractor. Ja, die Extractor kann man abbauen, aber ich brauch trotzdem drei Elten. Machine Blocks. Du machst das schon irgendwie. Hast du, äh... Hä? Hier irgendwo die Dinger raus? Weil ich hab grad noch vorhin... Äh... Filme Advanced Machine Block, die Carbon Plätze und Advanced Loy. Advanced Loy war eins da. Die Carbon Dinger sind hier hinten drin. Aber ich hab grad eben ein paar reingeschmissen. Davon brauch ich aber zwei Stück. Was, Carbon oder Loy? Loy. Wer zu beleben? Die müssten bald kommen. Zwei Stück meine. Mist. Ich hab's weggeschmissen. Ich brauch sechs Stück. Ja, könnten noch sechs Stück kommen. Ja, da kommen noch sechs Stück, genau. Hast du Schweine gehabt? Eine Chemie. Ja. Das hast halt voraus geplant. Ja, ich wusste das. Auch wenn du jetzt nur eins da hast. Ja, kommt noch. Ach, das ist zu viele. Na ja. So. Stein. Weil Stein so ein tolles Produkt ist. Eisen. Glaube ich einfach mal da. Pleki merkt das schon nicht. Nö, merk ich gar nicht. Ja, dann sag mir mal, wo es her ist. Es ist genug Eisen, wenn dann hole ich mir ein neues. Das ist sowas von Ralle. Ah, siehst du. So, da. Und dann Redstone, oder? Jawoll. Energy Link. So. Einen. Wunden Transport Pipe. Eine Stone Pipe. Da machen wir jetzt auch aus beiden Conductive draus. Super. Und dann brauch ich noch Kisten. So. Und dann brauch ich noch Kisten. So. 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 Und dann gehen wir noch welche. Wir hatten noch mal viel zu viele. Da. So. Dann geh ich erstmal näher. Wenn du Lust hast, kannst du später auch noch eine MFE bauen. Und ein LV-Transformer Äh, nein Okay, danke Bitte Ich werde wahrscheinlich gar nicht dazu kommen Ich bin glücklich, wenn ich die Dinger gleich habe Wieso wirst du dazu nicht kommen? Soll ich? Soll ich nicht? Ach, ich soll Ach du Scheiße Greife niemals Diese Drecksviecher an, wenn du Deine Nano-Shoot nicht komplett trägst Ich muss kurz Rejoin, weil Ich das Inventar-Bug habe Ach, das ist echt nervig Das Scheißzeug Was zum Abbauen wäre super Nach welcher Höhe mache ich das denn? Wo vor allem? Ich setze einfach hier hin Ist ja egal 37, okay Das lohnt doch nicht Hier hinzubauen Ähm Ich muss nach oben irgendwie Bisschen absichern Falls ich mich runtergrabe Ich kenne mich Und dann lande ich 100 Pro in der Lava Oder im Feuer Ich will das hier haben Ich baue mich einfach nach oben Aber ich muss ehrlich sagen, dass Ähm Das ist echt schnell Zu rejoinen Ja Ihr seht jetzt wahrscheinlich nichts Tut mir schon mal leid Werden zu überleben Ich habe auch nur einen Fackel dabei gehabt Von daher Muss ich eh nochmal zurück Und eine Leiter mitnehmen Ähm Ich bin noch im Pfosten Der ist auf dem Fahrzeug Wobei ich habe doch ein Jetpack Was denn? Extractor kann ich mein Dings abbauen Ranch, Elektrik Ranch, anders oder? Ja Soweit ich weiß Es ist auch eine Möglichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit ultimativ gering ist, dass es den kaputt geht Weiß ich nicht Vielleicht hast du einfach nur Glück Nee, ich habe einfach Habs noch nicht gemacht Aber Kein Bock, dass das Ding kaputt geht Das Elektri-Tree-Tree-Tab Tree-Tab? Was willst du denn damit? Äh, nee, den habe ich gerade gesehen Ich klicke gerade die Kisten durch Mensch Hoffentlich ist keine Lava da drüber Ähm Viel Spaß Kein Lava Ach, kacke hier Im Neta funktioniert der Ähm Das Jetpack nur bis paar 80 Weißt du, was ich gerade für ein Problem habe? Hm Ich glaube an diesen, äh, Zentrifug-Extractor-Porten muss ich eine Red-Touch anbringen, ich habe keine Ahnung wohin Achso, ja Weil ich kenne mich in deinem System hier nicht aus, wo ich quasi was wegmachen kann, irgendwo nicht Ich kann ja mal vorbeikommen Ja, ich warte noch bis... Ja, ich warte noch bis... Bis auch raus, äh WTF, wie weit schießt das Zeug denn hier? Ja Ich muss dran denken, dass... äh Ja, Neta ist halt... Das Zeug hier ist scheiße, ja Oh, ich habe auch schief geschossen, sehe ich gerade Mach nix Macht nix Reeky, weißt du, wo er hellblaufen geht? Hahaha Nein Ups Das Geld ist auch geklärt Ja, was hast du denn erwartet? Ja, was hast du denn erwartet? Irgendwie dass du mir sagst... Ja, das geht jetzt da und da hin Oh, die Chunks laden nicht So Ja, guck mal hinten, ich weiß ja wo sie waren Ja, guck mal hinten, ich weiß ja wo sie waren Hinten rechts, so Da brauche ich... Musst du dann eh noch mal in eine Sorting-Maschine hin klatschen Äh, weil wir jetzt... Wir machen was mit dem 2 Wie auch immer Ähm Die Torches könntest du dann... haha, scheiße Ja, das ist hier nicht so einfach, ne? Jetzt merke Funktionieren die Teile überhaupt noch mit dem LV-Strom? Ja, nochmal schon Ich hab keinen, lass es stimmen, die brauchen glaub ich den gleichen Strom wie Dings Wie die... 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 ähm... Anderen Öfen Ja, mit LV-Glück das glaub ich schon Und gleiche Strom wie die anderen Öfen? Ja Ja Die MFSU sind voll Ähm... Das Goldner wird auch weg... Koppel... Brauch ich vielleicht nochmal... Ach, das nimmt er... Das kann noch weg... Das da... Und... Sonst schon nix, oder? Ja Gut Ach, Torches, Blitzstone Torches, wollte ich dir machen Ja Wie viele baust du auf in den Dingern? Ich mach mal vier... Drei Ok Haben wir noch Cover irgendwo? Oh da Den brauch ich auch mit zusätzlichen Dings... ähm... Ja Sag's mir noch Was ist denn die Sorting-Maschinen? Ja Wegen dem Rubber nur nix, oder was ist das? Nein, ich brauch einfach nur zu den Sorting-Maschinen weil nur zwei Maschinen dran waren und jetzt drei hinkommen Ja, aber du musst ja nur eine Sorting-Maschine hinmachen, wenn du auch was sortierst, eigentlich. Dann mach ich wieder nicht vollkommen Rolle. Äh, Ralle. Na, wir sortieren ja. Eine Sorting-Maschine ist da, glaube ich, noch in dem einen Teil drin. Warte, aber ich bin gerade am Ding spawnen. Am anderen Zeug. Hm, kann ich nicht einsammeln, schade. Oder? Na, ich muss das Zeug hin, das ist weg einfach. Kann nicht sein. Wird direkt die Saugen des einen. Wer? Die Maschinen. Sorting-Maschinen. Wenn du es direkt an der Sorting-Maschine wegbaust, dann saugen die es direkt ein. Puh. Hab ich mir auch gedacht. Wo pumpt die das hin? Äh, blaue Linie. Schön, das ist... Mittlere, mittlere Dings. Und, äh...